hallo und herzlich willkommen zur neuen folge minecraft crafted und wir sind hier doch nicht sicher wo ich gedacht habe es hat uns gerade ein wolf in letzter vorm angriffen die unten ich habe echt wieder her kam okay unsere nahrung ist immer noch bisschen leider nicht so sicher kann ich von oben hier rein die frage jetzt ja immer nicht ganz gereicht auf scheiße kann der blöde köder her das ist mir schon wunder wo der jetzt her kam wenn man so attackieren konnte ich habe das Gefühl der ist auch gespawnt der ist auch einfach gespawnt kann ja ich mit dem stabs hier in den enderperlen machen also da waren wir mich hier 1 2 3 4 tatsächlich kann eine perle machen okay ok kohle kohle so rein bahn da rein bahn da rein das leder auch mal müssen wir hier mitschleppen ich brauche holz mal da rein noch einmal da rein die sachen die pfeile da rein ich bin nur das mitschleppen was ich wirklich mitschleppen müssen so okay der apfel müssen wir auch nicht da rein ah das ist unser zweiter apfel ne gut wir können ja bauen apfel bauen bauen so kurz schlafen solange wir können so sehr gut ouch so ich nehme mal besichert auf das schwere in die hand vielleicht ist uns jetzt auch ein wolf respawn ist immer noch safe boah ich dachte schon da kommt ein wolf dabei war so ein scharf okay gut so 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 Die Dreh war voll, ne? Es ist ein bisschen was voll, ne? Es ist ein bisschen was voll, ne? Es ist ein bisschen was, wenn ich das so was, nicht in der Kursen, ne? ich höre schon wieder laber oder jetzt sind es die felsen die hier so blubber geräusch vor sich geben die aussagen ich weiß gar nicht wie die reagieren sophia ok ich setze mal hier eine fackel hin kupfer was ist das hier? booster ich weiß gar nicht, ob es wirklich so schlau ist, ob es booster ich nehme es mal mit jetzt ok, wir gehen zurück boah scharf so, schauen wir ob der wolf wieder kommt also es scheint, die machen überhaupt keine anstatt zu spawnen, wenn niemand in der nähe ist ok, hier ist nichts zu spawnen den kann man anscheinend nicht direkt verbrauchen, so gut, dann nehme ich das mal rein hohe nachfüllen kann man aber ein upgrade machen nicht mehr fuhl nicht mehr fuhl das ist fuhl guck fuhl 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 Okay, so einen gebrannten Stein und dann rundherum das Eisen, da kann man den Ofen auch Tatsächlich geht es sogar, cool, das finde ich jetzt aber cool, muss es da so geben Okay, ich muss ganz kurz mal passieren, mein kleines, gesagt Gott, ich bin ja gleich wieder da, bis dann tschüss So, ich bin wieder zurück, ist meine Kleine wieder am schlafen und jetzt geht es natürlich wieder weiter Ja, wir brauchen Kohle jetzt irgendwie, wir haben ja Kohle, wir haben ja Kohle, wir haben ja Kohle, Kohle, Kohle Die nächsten Ärzte nachschieben Wir haben ja noch gar kein Gold gefunden, das sehe ich merke ich gerade so nebenbei Wir haben auch immer noch nicht wirklich viel Essen, die Papieren, die ab und zu wachsen sind ja wirklich nicht viel So, wir gehen wieder in den Schacht, da brauche ich mir noch einen Spitzhacker, meine Farbe schießt nämlich bald So, jemand schwert mir nicht, man weiß nie, ob irgendwo ein Huhn gespawnt ist Okay, ouch Gut, anscheinend ist das mal das Safe hier Okay, den haben wir mal Okay, den haben wir mal Äh, nicht harvestbar, das ist harvestbar Ach, ich gehe jetzt mal hier runter, das Gold Ist das Gold? Ist das Gold? So sieht Kupfer wie Gold aus 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 Was ist das eigentlich hier? Uranium Ohr, okay Ist das lustig wäre, wenn jetzt Uranium mich irgendwie verseuchen würde Hier geht es schon extrem tief runter, ne? Ich glaube, wir kramen uns mal den Weg nach unten Und ankommen, kommt irgendwas und fließt mich So, wenig kurse Sensen Okay, das ist ein bisschen uncool Das ist mit diesem Wir haben auch nur eins abbaut, ne? Aber ich kann nicht, ich kann die Lave abbauen So, dazu machen, ne? Mal mehr Okay, das ist ein bisschen mehr Okay Okay Hm, in mir gab es hier was Okay, das kann ich jetzt bauen, obsiden Okay, das geht natürlich immer noch, wie früher Aber einfach ein bisschen zubauen Komme ich da rüber, ne? Ja, komm ich, okay Okay Hm, ich muss gerade schauen, ob mein Mikrofon geht Ich dachte schon, ich nehme ihn stumm auf Jetzt geht noch mehr Eisen Jetzt geht noch mehr Eisen So, mal kurz hier setzen Ich glaube, den kann ich wegmachen mal hier So kann man auch in die Tiefe gehen Das ist ein bisschen Da ist natürlich auch eine Möglichkeit Aber nicht die schlechteste Boah, das geht echt tief, die Mine Hier Ich werde mich spät noch besser Schöner ausbauen, als das jetzt Dass wir echt tief runter können Hier Diesen Weg Super, oh Okay Ich glaube, es ist schief, dass ich hier vorarbeite Ich glaube, es ist schief, dass ich hier vorarbeite Ich habe noch mehr oben Unsinn So Ähm Das war hell geworden da unten Gut, vielleicht ist das nur Einbildung Gut Jetzt müssen wir uns gleich flöten Ich denke, wir bringen eh unsere Sachen Erstmal zurück ins Lager Dass wir noch überraschend noch haben Jetzt bräunen, dass wir nicht Frühzeit zurückgehen Dann Hm ok habe ich ein holz dabei? ich hätte so zwei ich habe ein mobiles table dabei, wieso will ich ein table bauen? boah, ich erschreck mich an zu stören unser klimpernder axt, ich glaube es ja nicht so, zettus quarts, vielleicht bauen wir später mal eine mäßigste, wer weiß wir setzen uns ziemlich ruhig mit monstern zu, die haben wohl alle urlaub so ah, nee, oder? ist tatsächlich ein ende ein paar superärzte hier ok, wir sind richtig hier unten angelangt ja, das war's huch dense amusit, oh, was? was ist denn das, bitteschön? keine ahnung, ok, hoch ein schwert in die hand ok, wir haben immer noch Erze, die wir noch nicht abbauen können hier das ist Nacht, aufpassen schau mal, was hier oben gespawnt ist ich frage immer noch, wie der Hund, da ich da in unsere Höhle kam da ist anscheinend keiner da schlafen können wir auch, ok, nicht mal was in die Nähe gut, sehr gut, ok dann mal so, so, so da brennen sie unglaublich die Wäume zum Schutz, dass sie nicht sterben sehr uncool ich bin voll, ok ähm Teilchen Trash bauen Trash so kann ich jetzt brauche und brauche uns ein Zeug wegwerfen wie wende ich das auch da aufrichten ah ok, so geht das ok da kann ich Zeugs verschwinden lassen ok gut, so viel dazu äh, so Faden Barren wo Eisenbar nicht brauchen wir wieder dabei den kann ich auch mal rein tun den brauchen wir auch wahrscheinlich weniger so muss das da rein dann hier dann hier das rein dann hier das rein haben wir Materialen, die ich noch nie gesehen habe keiner weiß was mit denen macht wir haben schon zwei in der Perlen, ne ok, wir haben auch viele Sätze jetzt kann ich einen Magneten dazu machen irgendwie mag Elektromagneten shift toward you shift and power active and ok magnetron magnetisizer ok boom ok, keine Ahnung warte warte mal gibt es hier irgendwie die vakuum 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 evak da gibt es hier eine vakuum chest dafür braucht ein diamant und dafür brauchen wir postensirons posisiertes iron robot Genau, da war auch noch was. Man kann anscheinend jetzt ein Magma... Magma... Mag... Mag... Das kann man brennen. Ello ist Melter. Gut, da brauche ich auch noch Strom zuerst. Ich kann mir am besten... Lava... Magma... Red Sand... Phosphor... Oha, wirklich ein Phosphor her. Bladespaar Slacks... So, das machen wir vorab. Ja, ich bin gespannt ob irgendwie... Hinktin Lava zu produzieren. Ich glaube nicht. Bei den Sachen hier aber nicht. Ja, wir haben noch keinen Crucible, oder? Cru... Ne, aber auch nicht. Crusher. Da bringt natürlich nur... Gut, wir können gleich eine Wasserkraft... Was? Solar. Solar, Solar. Klar. Klar Panel. Ach du Scheiße, Redstone. Okay. Ja, da brauchen wir jetzt noch dafür. Wir haben noch gar keine Redstone, von bis jetzt fällt mir rein. Da wäre auch mal eine Lücke noch zu füllen mit Redstone. Zuck, 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 zuck. Ah, das ist eigentlich schon viel. Wundering... Eisen noch mehr... Eisen... Eisen... Knochen... Holz... So... Kupfer... Ja, wir müssen da runter. Wir brauchen Redstone. Ahm... Ja, wir müssen da runter, wir brauchen Redstone. Okay, das ist... Zuck. X-Zuck. Weston kommt zur Zeit nicht weiter. Ich weiß nur, wieso jetzt schon wieder länger geht zum Graben. Okay, warte mal, ich muss kurz hier eine Ecke bauen. Ach, ich habe gar keine Faktenelemente mehr da. Sehe ich gerade, wie fehlt alles. Boah, das war jetzt aber knapp. Na? Na? Hallo, Hunde. Wie kommt der, dass wir hier rein? Okay, schü, 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 schü. Jetzt haben wir die Äpfel hier. Also drei Äpfel. Und dann die Zeppelin. So, jetzt haben wir die Äpfel beim Zeppelin. So, jetzt haben wir die Äpfel, Äpfel, Bäume wachsen. Können wir sagen, wir werden, tun die normalen Zeppelin Rühmein pflanzen. So. Tür zu. Zeppelin rein. So. Den Apfel essen wir jetzt mal. Wir haben es fast nichts gibt, ey. Oder Kohle mitnehmen wollte ich eigentlich. Oh, ich sehe schon, die Folge ist zu Ende. Na gut, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecrafts Crafted. Und, ja. Mal schauen. Vielleicht kommen wir doch schon in die Tiefe, wo wir dann Redstone finden. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter mit einem Abo. Verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.